Heute spielen wir das erste Mal PUBG. Version 1. Programm starten und schließen. Aktives Match beenden. Freunde, Logo, altes. Guck dir das an. Ich geh noch ein bisschen näher. Guck dir das an. Wow. Hier. Wow. Wow. Hinten. Wow. Guckt euch das an. Wow. Holy Game in Project Science. 2005. Desert 4SD. Wow. Das war noch was. Das war noch was. 2005. Da hatten wir noch Probleme. Da hatten die Probleme. Sogar Probleme. Heieiei. Das glaubt ihr gar nicht. 2005. Uiuiui. Hm. Hm. Jetzt hab ich die geilste Waffe die es gibt. Hm. Weihnachten. Nicht vergessen. Weihnachten. Ne. Hier. 2005. Dass die Probleme noch Probleme hat. Genau. Hm. Hm. Beschissen am Winkel ey. Ne. Oh ja. Jo. Ähm. Menschen. Aber irgendwie. Ist das die alte Map. Ich dachte bei Menschen haben sie was bearbeitet mit Waldemann. Und so. Ähm. Ich meine sie nicht zu weit weg. Ähm. Ähm. Kilometer. Oder wieder mal farm? Oder prison? Ich komm lass fahren gehen. Farm. So dann. Wieder mal farm. Genau. Da fehlt der Mejay. Der könnte da jetzt uns alles erklären. Der Bauer. Hm. Das ist meine. Hast du nie Landwirtschaftsspieler in einem Simulator gespielt? Doch sicher. Ich hab Joystick. Ich hab Pedale. Ich hab alles. Lass mal da drüber einen Stream machen. Genau. Ja. Landwirtschaftssimulator. Ah du Luke. Du bist hier auf deinem Stammbild. Statt auf dem Bild. Ah ja. Jetzt ist es wieder okay. Danke fürs sagen. War aber vorhin nur eine Warteschlange. Weil ich musste da kurz was demonstrieren. Okay. Ja. Hab's gesehen. Ja. Das waren Dehnübungen für zwischendurch. Was hast du denn für Dehnübungen gemacht? Hehehe. Er hat seine Brust gestreichelt. Hehehe. So nennen wir das. Ja. Ich muss eben kurz zeigen, was hübsche Symbole sind. Ja, ja. Ja, 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 ja. So, kann man Sau sagen. Genau. Hübsche Symbole. Vorne und hinten. Der Loot ist Müll. Ist das normal? Ich hab eben mal den der Acker gefunden. Ich hab ne Pistole. Wir könnten eigentlich gleich hoch zum Schelter gehen oder nicht? Pistole. können wir tun ich weiß nicht bevor wir da zu viel zeit verlieren ja gut sind schon fast durch oder okay also die große habe ich ja nicht jeder einzelnes rotes haus noch das geht ja gar nicht das ist ja nix irgendwie zum zehnten mal weste 1 oder so t-shirt muss schon sagen die typen wissen wir wissen wie man ein geiles loot verteilungssystem macht da kann man ihnen gar nichts sagen ja norden dann spielt außen ein jahr noch nicht ganz ja noch schnell die zwei häuser oben mitnehmen und dann shelter rein wir laufen zwar den falschen weg für in die zonen aber okay eigentlich ja so lange nichts besseres als eine pumpe haben oder na ja dann können wir eigentlich auch ich hab nix uns gleich im fluss erträgen ich habe irgendwie eine arke ich habe eine granate machen wir ein team selbstmord ja suicide bomber ich bewerf den gegner mit mündungsfeuer dämpfern das ist auch nicht schlecht das war nicht so lustig das war so lustig an south park auf der nintendo 64 da konntest du schneebälle werfen und der spezial angriff hast du ein reißverschluss gehört dann hat es macht zu stunden aber der schneeball gelb bürgeln und er hat rückwirkungen gelben schneeballwerk für mehr schaden gemacht das war echt geil so echt lustig wir können zu er das war die tette für 60 weiter genau so vorgeben wird da musst du auf den tene schießen genau immer so und er tut ihn so ist haus ist leer schilder was war noch oldschool alles im schnee da konntest du schneebälle werfen echt lustig aber wir laufen in die falsche richtung man ja ich weiß aber ich will doch eine waffe haben wir haben zeit bis die wand kommt im schelter ist geamtiert niemand ich bin gleich ich warte mal hier hinterm baum mein stream ist abgekackt nein ja der hat gar keinen scheiße upload jetzt ist wieder okay ich weiß nicht was das ist ne das ist scheiße ne kann immer passieren da spart hier unten ist s sind gis hier ist das gar nicht besucht die als ein kirk killer jungen ruf Helm 2, Backpack 2, Pumpe, wirklich noch niemand hier ne? Oh oh, den gekillt, geil, bei der AFK, hier, nice, oh der hat ja alles, brauchst du die 5, 5, 6? Ne. Nimmst du die Wester und den Rucksack? Nehm die Karabiner, der Wester hatte ich noch keine. Rucksack 3 ne? Nimmst du auch die Metz mit? Ja. Was du Metzstehler? Ich hab sie mal mitgenommen. Das ist easy. Hier gehts raus, scheisse, über uns Bombing Zone. Aber irgendwo hier war doch immer noch ein Fahrzeug, Spawn oder nicht? Vielleicht. Metz ist schlecht. Ist alles leer, Hong? Quasi. Vielleicht ist es ein Spiel abgekackt. Hier ist ein Helm 2 bei mir noch, aber ansonsten sieht das nicht gut aus. Ja, dann ist er hier durch. Fuck. Na, dann gehen wir. Die Bank kommt. Oh, Bombing Zone. Hier ist alles leer. Alles leer? Ähm, ja. Mal pass, Jungs, Jungs. Naja, vier von. Das ist okay. Mehr sicher. Genau. Das ist schon meine Pumpe. Ach, mach mal hin. Irgendwo da war doch Fahrzeug Spawn da in der Ecke oder so. Wir gucken dann doch mal. Hat eigentlich irgendwer noch ein Visierübel? Ne. Ich hab genau ein Vierfach, was ich nicht verwenden kann. Ich hab ein Schalldämpfer UMP. Ich hab ein Schalldämpfer A, ja. Ja. Das tauscht es. Uh. Beat Bazaar. Kein Fahrzeug? Ich sehe keins. Alter, was? Hier steht doch, es ist immer ein Fahrzeug. Ja, ich glaub auch. Und sieh, ja? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab null Mets, Mann. Wie ist die Melkid? Sol hat die ganzen Mets. Na, ja. Ich hätte noch ein Volo-Visier über. Ja. Ja? Schmeiß, ja. Nice. Oh mein Gott. Ja, okay. Es sollte uns, glaub ich, reichen. Aber normalerweise steht doch hier immer irgendwo ein Fahrzeug rum. Außer jetzt. Haben sie wahrscheinlich mit. Weggepatcht. Oder sie ist random, wenn es spawnt. Ja, ist schon random. Aber meistens hast du 80% hast du dann Fahrzeug. Bei random. Na ja. Da ist ja noch Luft nach oben. Äh. Aber das hab ich, glaub ich, noch nie erlebt, dass hier keins ist. Ah doch, haben wir auch schon erlebt. Stimmt. Über die halbe Merkwahl. Ich hab' ein Fahrzeug. Hinter uns, Buggy. Hinter uns, Buggy. Ja. Oh ja, die verpissen sich. Fuck. Ich glaube, es reicht schon vom Rennen her. Könnte. Vielleicht ein bisschen Schaden. Aber ich glaube, unser ausflugenden Shelter war nicht ganz so schlecht. Hast du ne Waffe, Hong? Ich hab' ne Pumpe und ne Pistole. Nein. Nein. Alter. Wir brauchen noch was. Ich hab' ein Fahrzeug. Ich auch. Hinter uns. Jep. Fuck. Los, weiterlaufen. Ah, der wird auch geschossen. Auf dem Hügel hat's Typen, ne? Einfach weiterlaufen. Bis zu den Häusern. Lass uns die Häuser noch looten. Auch wenn wir dann Schaden kriegen. Ja, Hong braucht ne Waffe, Mann. Ja. Ich verzei noch im Haus auch die Mächte. Oh, rechts hoch rennt einer. Auf den Hügel, hab ich gesehen. Oh, das Haus saugt da so, ne? Jaa, aber das... Ah, nee, nee, das ist da drin, dann irgendwo. Speedloot, wa? Ne, dann mal los. Oben ist leer. M2. UMP, Hong? UMP? No. Zweite UMP? Was? Ich war's. Warum denn? Bei uns hier sind zwei UMPs. Scheiße, ich bin falsch ins Bad abgebogen, Mann. Oben, komm. Und hier hat's noch einen Mund. Hier hat's noch einen Mund. Einen kleinen. Da. Nein, nicht da. Da. Ich weiß was, was, was. Hier, da, im ganz kleinen, sagt er so. Robo, auf den 8. Ne, ne. Ich hätte noch ein Extended Quickdraw Mag. Für A, ja. Ich hab keine AR. Taktischer Stock für M416. Wir stehen scheiße, Mann. Wir müssen weiter. Ich hab noch einen Griff. Hast du einen Griff? Ne, hab ich nicht. Ich hab einen normalen, hab ich. Ja, gib mir den. Also, komm. Schmeiß beim Baum hin. Er ist unten. Das ist runk. Schau doch nicht auf die Namen. Ist beim Baum. Alter, ich hab ein First-Age-Kit. Ich kann dir noch eins geben. Ich hab drei aufgenommen. Wer hat K1, besser gesagt? In unserem Hügelbeschuss. Hunk, hast du einen Meck-Kit? Äh, ja. Ich hab eins. Ich will aber Booster, Mann. 10.000 Booster. Vielleicht fühlt mir hier drin was. Ja, aber wir haben nicht so Zeit, ne. Es gibt einen Fast-Loot wieder. Ich schmeiß einen Jungen-P weg. Ich hab einen Energy-Drink gefunden. Ein Stück mit zwei, wenn ich. Fahrzeug! Fahrzeug. Fert weg, oder? Ja. Wir haben keine Zeit mehr, ne? Wir müssen. Ja. Es wird schon so übelst eng. Links aufpassen, Lagerhalle. Vorne schießt's. Links. Boah. Rechts ist die Stadt. Ich würd sagen, wir gehen mehr links, wa? Habt ihr da ein Magazin- Äh, ein Visier? Ja. Red. Ich hätt's noch ein Hodor übrig. Braucht das wer? Nee. Ja. Braucht ihr noch 5, 5, 6, Moon? Ja. Hab ich noch? Ich brauche Acker, wenn jemand hat. Hab ich. Also hier vorne hat's geschossen in den Häusern, ne? Vor uns. Hier vorne. Links. 1,30 bis zur Wand. Weil die Häuser sind drin, das ist zu scheiß. Oder werden 100 pro Leute sein. Ja. Ist offen. Ja, das ist fast ein bisschen Selbstmord hier. Müssen wir's weitergehen. Oder? Risiko. Die bekämpfen und dann geil an Loot. Äh. Ja, ich seh einfach nicht hin mit dem Red Dot. Ich seh nicht mal, ob einer aus dem Fenster guckt. Weil seine Haus ist zu. Lass uns hier weiter hinter den Hügel begeben. Nach vorne hinten oder so. Da müssen sie dann kommen. Aber ein bisschen 5, 6, muss ich noch. Legt beim Baum ab? Ja. Nice. Das ist ein Buggy. Fahrt, äh, reicht nicht hin. Er schießt. Das ist er, ja. Er schießt die Reifenkoppel. Macht ihr noch, äh, Red Bull? Ich hab eins. Ich hab auch einen. Ja, ich hab keins. Weil ich keins hab. Legt hier oben ab. Honk, hast du Bandagen noch für hoch? Ich hab 15. Ja, dann mach dich mal hoch. Ich hab hier zwei abgelegt. Ja, wer braucht noch eins? Ich? Deswegen misch's. Über mit, weil ich hab meins gerade gebraucht. Ja, ich hab auch keins mehr. Ähm, ich hab noch zwei Extended. Max für AR sonst? Brauch ich nicht, hab ich ja. Die neue Zone ist da. Mhm. Was wir geboostet haben? Da sind wir nicht drin, ne? Wir können auch schnell looten, bis die Zone kommt. Willst du nicht, lieber? Da ist offen. Rechts am Hügel bleiben, bevor uns wer sieht und zu den nächsten Häusern. Können wir auch. Sonst sehen die uns nur durchlaufen, ne? Ein Red Dot. Nimm's mit. Ich hab noch ein, äh... ...ein Suppressor. Äh, nicht Suppressor. Weißt du, wie heißt das Ding? Gumpel. Insator für AR, hab ich noch. Brauch ich nicht, hab ich ja. Da unten hat's 100 pro Leute. Jetzt müssen wir uns schlau anstellen zum Hinrennen. Fahrzeug? Fahrzeug, rechts. Hinter uns. Hinter uns. Warte am Baum. Schießen, oder was? Wie weit? Es ist durchgeladen. Straße unten, ja. Nein, lass laufen. Die wollen vielleicht auch dahin, wo wir. Ne, wir fahren weiter. Das heißt, dort ist offen, wo wir jetzt hingehen, oder? Ja, Türen sind offen. Egal, erstmal verschnaufen. Es ist so anstrengend, hier zu laufen, ne? Ja, Umgebung checken. Nenn es wie du willst. Wieder lag. Habt ihr auch kein Lacker? Ne. Ne, das war dein Internet. Was? Ne, dein Internet ist scheiße. Alles weg, alles leer. Oder das Spiel hat geleckt, weil das Spiel scheiße ist. Ne, dein Ton hat auch geleckt. Das kann ja wohl nicht am Spiel, ähm, ja, am Spiel liegen. Ne. Oder das war ich nicht so. Also bei mir hat er geleckt. Ja. Hm. Hier ist gar nichts mehr. Ja. Schade. Kurz warten auf die Wand. Oder gleich irgendwie weiter. Dauert noch eine Minute. Mal lass weiter gehen. Irgendwie, äh, da Hügel, ne? Also, nach vorne. Wahrscheinlich wird es sowieso dann irgendwo da unten. Und sonst haben wir halt Pech gehabt. Da unten links. Das ist ein Armandern Hügel, wa? So wie es, oder? Weiß man nicht. Gleich sehen was. Ja eben. Fuck. Komm, umdrehen. Wo wollt ihr hin? Freies Feld vor uns. Oder wir gehen da zum Bauernhof. Ja, aber da hat es von geschossen. Ich schlag mal vor, Evo da so in eine Kuppe rein, oder so. Wenn, wenn das klappt, aber... Ist ja alles auf. Ich glaub, du darfst noch gut ist was. Ja. Ah, da sind Häuser, da schießt das. Ich hoffe, dass wir hier am kleinen Hügel drin sind. Ich glaub nicht. Nee. Es ist so hässlich. Und für offenes Feld sind wir grad ein bisschen früh, ne? Aber... Oder eben genau richtig. Ja, aber da vorne hat es Leute am Bauernhof. Irgendwann müssen wir kämpfen, oder? Ja. Ich kämpfe mit mir selbst. Wahrscheinlich rotes Haus links. Ja. Ist alles zu, soweit. Aber man weiß ja nie. 100 pro rotes Haus. Bin ich wert. Oh, offen, offen. Sind wir alles offen? Ja. Ich hab eben nur geschlossene Türen gesehen. Oh, fuck. Ist auch nix, ist auch nix drin. Alles leer. Ja, aber... Aber wir sind im Kreis. Hauscamping ist scheiße. Ja, das stimmt. Lass mal kurz nach Norden gucken, ob wer hinterher kam, bevor wir weiterlaufen. Norden und Östen. Ich seh nix. Das ist... Das Haus ist scheiße. Lass auf den Hügel laufen. Da kommt was raus, genau. Ähm... Ähm... Möhm... 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 Und kommt... In uns ist nix... Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist mitten im Wald, wie gedacht. Ja, das ist aber wunderbar. Ein bisschen aufpassen von links hier. Hier ist noch ein bisschen ungewegsames Gelände. Da unten hat's noch Gebäude, die jetzt drin sind. Fettes Sniper. Auf dem offenen Feld. Ja, damit ich da gefällt. Könnt ihr? Ich seh die nicht mit dem Red Dot, Mann. Ja, wir haben noch keinen Scope. Ja, lass hierbleiben. Das ist nicht schlecht. Hier liegt noch eine M4. Lass ein bisschen nach links gehen, dass wir weg vom offenen Feld sind. Äh, hier ist ne M4. LOL. Mit Stock. Ja, 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 ja. Die liegt auf dem Tisch. Ja, ja, ich komm. Ich mach's mal vierfach ab. Achtung. Die ist, äh, ich grad besser aufgehoben. Ja, wir sind neben uns. Was neben uns? Airdrop? Hier, vierfach liegt bei mir. Ja, ja, hab ich. Wo neben uns? Willst du, willst du einen Red Dot? Ah. Ja, ja. Oder einen... Oder einen Holo? Ja, komm. Nee, nee, Holo habe ich selbst Red Dot. Aufpassen, das Haus. Wo ist der Drop? Geradeaus zu 2,75. Ja, da kommt er unten. Ah, gut, ist nicht grad neben uns. 200 Meter. Ja, lass ein bisschen... Äh, wir sind auf... Ja. Ja, irgendwann müssen wir. Wir können nicht die ganze Zeit warten. Ja, aber hier können wir bleiben. Ja, ja. Ich würde eben lieber ein bisschen hier nach hinten unten kommen. Weg vom offenen Feld, da. Ja. Weil wir haben scheiß Visiere. Ah! Vor uns, Mann! Ja, ich bin da auch. Einer genockt. Da ist ein zweiter. Da ist ein zweiter. Ja, aber hat er auch. Äh, mag... AWM hat er. Falls wer AWM will, mit einem 15, ja. AWM, ja, nein. Ich nicht. Ich gehe auch mal looten. Jawohl. Hier war doch noch einer. Ja, jetzt ist er... Ja, hier ist die AWM. Mitten im 15-fach. Ich muss kurz boosten. Nimmst du die AWM? Würde ich nehmen. Okay, ich lass sie. Ich würde auch die AK nehmen. Ist mir egal. Da, nimm. Wenn du willst. Ich packe nochmal eine Gizine raus. Ah, ja. Hat jemand denn ein 8-fach oder so übrig? Nein. Hier ist noch Kompensator. Äh, wo war Nummer 3? Hier war Schalter M4A ja noch. Hier vorne ist Nummer 3. Hier unten. Ich hab Mets for days, Mann. Und hier ist noch ein 8-fach, Brett. Ja, das ist super. Ich schmeiße noch Mets raus. Zwei draussen. Rucksack noch. Drei. Und dann müssen wir gucken. Wir haben Zeit verloren. Rundum-Sicht. Wir müssen. Nice, Baby. Nice. Ich würde sagen, ein bisschen links unten bleiben oder hoch. Weil hier unten sehen wir ja mehr. Ja, würde ich auch. Und oben wissen wir nicht, von wo sie kommen. Jetzt haben wir zwei Sniper und zwei Assaults. Ja. Und 10.000, äh, S, äh, Dingens. Mag schnell. Weiß ich nicht. Silence. Ich tippe auf Feindkontakt gleich. So, wenn die kommt. Ja. Wir müssen noch 6 Leute killen. Ja, ja. Komm her. Ich höre was. Barfuß. Über. Der hat mich geraubt. Hab ich. Ausgenockt. Decken, 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 bitte. Ja. Wo? Ich seh keinen. Guck ein bisschen links, Honk. Guck ein bisschen links. Rechts war der, ja. Muss mich heilen. Nade 1. Nade 2. Ah, rechts, abomm. Hab ich. Wuhu. Schneide mal. Vier noch. Achtung, nades, zurück, nades, zurück. Splittergranate hat mich getroffen. Bleib stehen, bleib stehen. Deckung bei mir, bitte. Deckung. Hast du genug? Merge Zorn. Ich hab gar keine, was, nade. Ne. Da, liegt, liegt, liegt. Nimm. Jo. Wahrscheinlich von links. Ich bin nicht sicher. Könnte, ja. Ich bleib bei Preet. Ich mach mal eine Tour da. Wand kommt, Achtung. Ich glaub, Bones Zone. Ich seh einen. Bones, Bones Zone. Einer down. Ich muss mich heilen. Er stirbt nicht. Der ist doch tot, Mann. Bei mir lebt er noch. Hat einer. AWM. Das ist hinter dem Baum, Richtung 350. 350. 350? Der ist gar nicht. Oder angehinternt. Nein! Mann! Direkt bei mir! Vor mir liegt er! Am Baum! Einer ist noch! Einer ist noch! Einer ist noch! Nice! Yes, yes, yes! Puh! Wer hat Granaten geschmissen? Einer von euch? Ich hab eine Granate geschmissen. Ich hab keinen. Ja, die ist direkt neben mir explodiert und hat mich ausgenockt. Der war dort. Ja, dann musst du doch sagen, wenn du nadest, man... Ich hab mich ja gesagt. Er hat gesagt Granate. Oh, fuck. Und ich stand direkt vor dem, hab geschossen, geschossen, plötzlich, bumm, war ich außerhalb vom Ding. Mein Fehler. Mein Fehler. Nice, baby. Haben wir... Ja. Ich erzähle die gar nicht. Höh? Müssen wir aktualisieren?